Lukas, Lysa, aufstehen! Dad, es ist 6 Uhr morgens! Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ihr mit eurem normalen Weg gar nicht aufsteht. Ja mein Gott, wir stehen ja schon auf. Wir kommen jetzt gleich erstmal mit. Es gibt feinstes Wachtelei mit Hühnerbrot. Saulig. Was hat er gekocht? Ach frag mich nicht. Irgendwas mit nem Vogel. Hallo! Hallo und herzlich willkommen bei... Wie heißt denn der Name? Polizei Deutschland. Dappenbach. Da gehen oftmals komische Dinge vor sich. Hä? Was meinen Sie? Man sagt, da gibt's eine gewisse... Magie. Echt? Sie denken wirklich, da gibt's ne Magie-Filiale? Nein, so meinte ich das nicht. Doch, ja, Knorfix, ne? Aber eins muss ich hinlassen. Humor haben sie. Haha. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ihr wisst ja, heute ist unser magischer Tag. Anweisung von Frau Torres, dass ich über dieses Thema berichten sollte. Ja? Hat denn jetzt noch jemand einen hilfreichen Beitrag zum Unterricht? Ich brauche sogar statt. Ja, Douglas, bitte. Ja, also, das war so, dass ich jetzt schon über ein Jahr her, also vor drei Jahrzehnten so circa, da war bei mir zu Hause eine böse Hexe, die hat die komplette Familie angegriffen. Dann hat die sich noch Hilfe geholt und hat sich Käsefanatiker dahergezaubert, das kann man gar nicht glauben. Ja, aber dann haben wir sie am Ende besiegt und in das Nichts verbannt. Wir wissen alle, er hat ne blühende Fantasie. Douglas. Ja? Warum kamst du noch mal zu uns an die Schule nach Dappenbach? Meine Mama hat gesagt, ich bräuchte Abstand von meinem Umfeld, das tut mir nicht so gut, deshalb bin ich jetzt hier. Mhm, mhm. Ja, deine Mutter hat die Falschentscheidung getroffen. Ramona Scheiasch. Ramona Scheiasch. Antagonistin Staffel 3. Und, schon was rausgefunden? Ja, so mehr oder weniger. Sag mal, im Internet scheint es so ein ganzes Forum über diese Ereignisse zu geben. Echt? Bin ich da auch drin? Nein, also dich hab ich noch nicht gefunden. Sag mal, hat der Chef Strolli eigentlich dieses Forum in der Videobeschreibung verlinkt? Was? Unser Chef? Der Zwiebel halt mit Vornamen Strolli? Strolli Zwiebel? Dann wär ja mal komischer. Nein, der Chef vom Chef. Der Chef von Zwiebeln ist ein Trolli? Strolli ist ein Wesen, das wir hier alle verehren. Wie ein Gott. Ah, verstehe. Eine sehr, sehr wichtige Gottheit scheinbar. Ja, wie so ein König halt. Man nennt ihn hier auch den Heiligen Sankt Rost. Rolli. Sankt Rolli, nicht Sankt Rost. Ja, aber der verlinkt das jetzt bestimmt in der Videobeschreibung unten, dann passt das alles. Aber Vorsicht, sind's voller. Zu Susanne süßig nach Käse und zu Triptomation. Ja, ja, Vorsicht. Hast du denn jetzt schon was über diese Ramona gefunden? Kuh, 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 kuh. Also ich glaub dem Douglas. Glaubst das selber nicht. Nee. Hahahaha. 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 Entschuldigung. Wer spricht? Mein Name ist Joachim Orangius. Ich hab' Ihnen gerade unauffällig zugehört. Wie bitte? Alarm! Erspurt! Hör auf! Hör auf! Ich will Ihnen Geld leihen! Sie wissen doch gar nicht, wie viel ich brauche. Ach, das passt schon. Aber ich muss nach Dauernbach, das ist die zweite Weg. Am Rand der Welt liegt das. Nananananana. Wie kloppte Dauernbach. Nananananana. Nächste Woche Mittwoch. Wisst ihr, was da ist? Genau. Da ist ja schon die Physikklausur, ja? Und ihr... Sorry, dass ich euch das sage, aber ihr seid doof wie ein Stück Holz. Ne? Das stimmt doch gar nicht. Doch! Dann beweisen Sie es. Okay. Daniel. Hahaha. Erklär mir doch bitte mal den Unterschied zwischen der Zentrifugal- und Zentripedalkraft. Pass auf, Lukas. Ja, ja. Die eine ist für Fugen und die andere für Pedale am Fahrrad. Ja, was sag ich. Sag mal Leute, kann mir das jetzt mal jemand erklären mit dieser Zentropho-Genius-Kraft? Douglas. Ja. Daniel. Das ist doch nicht so schwer. Sag mal, für den Knirsch muss der Engel noch schwerer sein als für uns. Ja, aber Entschuldigung, was soll das denn heißen denn? Jetzt guck dir das mal an, lieber. Meine Buch auf jeden Fall, Zuckerstelle. Ja. Ne, ich will es doch nicht mehr lernen, Douglas. Äh. Douglas, ich hab's mir anders überlegt. Ja, ich guck mir das alleine an, ja. Hehehe. Das ist also Schloss Fortescu. Mit grauenhafter Namen. Christoph! Markus! Und sitzt du hinter Gittern? Äh... Ne. Markus. Ich hab mit dir mal gesprochen. Und was hat sie dir vorgegaukelt? Nun, äh... Die hat mir erzählt, dass ihre Mutter... ...sie verzaubert hat. Und dann hat... äh... ...Seline... ...die Mutter... ...die Schwester... ...die... ...hund... ...der... ...mutter... ...die Fluch... ...fang... ...irgendwie... ...Dietrich, der ist nicht durch die gestorben. Und wo führt unsere Reise uns hin? Gormondale. Wuhuhuhu! Ein Familientreffer! Na, da freu ich mich, ja. Alarm! 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 Luklas, Moment. Können wir doch mal von vorne anfangen, bei den... ...bei den Basics. Was ist denn ein Greis? Ich pack's nicht! Der ist zu dumm für die Welt! Daniel, du hast ihn... ...nicht dabei? Ja, ne. Oder sehen Sie das hier? Irgendwo bin ich gelb im Gesicht. Es... ...ja... ...hab ich vielleicht mal zu Hause vergessen, oder? Kann ja auch mal passieren. Soll ich dir das glauben? Frau Zuckerding da! Machen Sie sich jetzt mal keine Gedanken! Ich bring das Ding morgen mit! Und dann sind wir alle glücklich und tanzen auf der Weide! So soll es sein! So, Omi! Schreib sie auf die Liste! Ganz oben auf erster Stelle! Ist das eine Geburtstagsliste? Nein, das ist die Liste mit unseren Opfern! Oh! Was blöde ist... Da zieht jetzt jemand neues ein! Ja, die Cousine! Das scheint irgend so eine Schlösel-Tante zu sein! Du wirst uns allen fehlen! Ja, ich will auch! Ne, wobei, Alter! Ist das wirklich so? Bedient man hier Kunden? Ja, was machst du denn sonst? Packst du den Leuten einen Kuchen und klatschst denen ins Gesicht, oder was? Ne, Kuchen finde ich irgendwie oft! Ja, das war ja nur... Du machst keinen Kuchen? Nein! Welcher Mensch mag denn keinen Kuchen? Hey, ich kann's mir auch tätowieren lassen, wenn du willst! Mega fett auf die Stirn! Ne, ne, alles gut! Ja, du machst das dann hier, ne? Per Fragen ruf mich gern hier auf der Tastatur! Der Entfernen-Knopf kommt ein Signal zu meinem Kaffeespüler! Ja, dann werde ich wach! Dann komme ich! Ne, ich schlaf natürlich nicht, aber damit du weißt! Ach, aber wozu gibt's denn dann diese Wache überhaupt noch? Hallo! Für sowas! Oh, der Kollege scheint's aber eigentlich zu haben, ne? Ja, der muss... Zum Golfclub! Was ist denn Ihr Anliegen? Ja, hallo! Ich bin die Anke Regendegen! Und ich hab ein Problem! Das können Sie nicht lösen! Okay, aber warum sind Sie dann hier? Weil Sie mir im Weg sind! Bitte? Äh, äh, ich spreche nur mit Herrn Chrissy! Ne, ich will ernst! Doch, ist voll mein Ernst! Sehen Sie mein Gesicht? Ich ruf ihn an! Ja bitte, ich kollabier gleich! Ja, ich auch! Ah, hallo Christoph! Ja, was gibt's? Du, hier ist eine Frau Regeldegel! Regendegen! Regendegen! Frau Regendegen, ja! Die möchten mir hier Regeln... ...R... ...Sprechen! Wem soll ich sprechen? Kenn ich nicht sehr, sorry! Sagen Sie ihm, die Anke ist da! Die Anke ist da! Du, ich soll dir sagen, die Anke ist da! Nein, nein! Zweimal! Sonst hört ihr nicht! W-Wat meinen Sie? Was meine ich denn? Nein, nein, nicht du Christ! Nein! Die Anke ist da! Die Anke ist da! Die Anke! Äh, hallo? W-Wat ist denn du? Er hat aufgelegt! Ja, weil Sie ihn abgeschreckt haben! Ja, ja, genau! Wollen Sie mir nicht endlich sagen, warum Sie hier sind? Nee! Dann bitte ich Sie bitte, die Wache zu machen! Danke schön! Wie, wieso, wie? Was soll das denn? Ich kollabiere gleich! Nein, das tue ich schon! Sie dürfen das nicht! Das ist ja so, ich kenne euch ja gar nicht! Ich weiß ja gar nicht, ob man euch vertrauen kann! Na gut, euch kann man ja vertrauen! Nein, das macht keine Logik! Sieh dieses Gesicht etwas so aus, als ob es Witze macht! Nee! Wollt man nicht, sonst sehen sie immer aus wie ein Witz! Mann, langsam reicht's mir mit dir! Ja! Ja! Also IC1 sag ich dir! Wenn das eine Hexe ist, dann bring ich mich um! Aber das wäre doch keine Lösung! Du hast Trick! Vielleicht für mich keine Lösung! Aber für dich! Nein! Nein! Der Trick hat geklatscht, Omi! Trick! Ich... Trick! Ja! Ja! Das hat funktioniert! Frau Zuckerstadt! Endlich! Marie enttäuscht mich nicht! Ich... Will nur aufs Klo! Ja! Von mir aus! Nein! Nein! Ich... Ich war's! Ja! Ey! Ich meine... Was? Du hast Frau Torres' Parfum geklaut? Frau Zuckerstadt, aber... Was machen wir denn jetzt? Na du schließt es Frau Torres natürlich! Aber die wirft mich doch dann bestimmt von der Schule! Ach Quatsch! Sie ist zwar herzlos, aber so herzlos jetzt auch wieder nicht! Doch, doch! Die wird das wirklich noch machen! Ja, du hast recht! Mein toller Kuchen! Was will die denn jetzt noch? Ich... 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 Ich bin Lukas! Ich... 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 und... Ich... 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 Töten... Das ist nicht witzig. Okay, jetzt sie, wir machen das so. Ja, meine gute Freundin, halt das Haus. Also, wenn Icee hierher kommt, du lenkst sie ab, ja? Sie darf nicht wissen, dass dir Klonen wichtig sind. Ist der Klon weg? Weil ihr abgehauen ist, so dummes Ding. So, also, du weißt, was zu tun ist, ich muss den Typ suchen. Merkwürdig. Einige Sachen verstehe ich einfach nicht auf dieser Welt. Merkwürdig. Also, wenn der Klon kommt, soll ich ihm sagen, Icee? Nein, wenn der Icee kommt, der Klon ist weg. Gut. Nein, Jessie, du sollst sie ablenken, damit sie das nicht rausfindet. Achtung! Stormy, wir sind wieder da. Icee, altes Haus, lang nicht gesehen. Oh Gott, mein Mann. Ja. Wo ist Stormy? Und wo ist der Klon? Sie gehen draußen spazieren, damit der Klon keinen Verdacht schüpf. Bitte was? Ja, am besten gehen wir mal mitgucken, nicht wahr? Nein, die kommen gleich zurück. Aber der Wald ist groß und sehr dicht. Was, wenn die sich verlaufen? Sie kommen nie wieder zurück. Stormy findet den Weg. Nein, Moment. Mir fällt gerade etwas ein. Ich habe den Wald verzaubert. Wer hineingeht, ob Hex oder Mensch, wird so schnell nicht wieder da rauskommen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir sie suchen gehen. Jessie! Auf, auf! Hallo, ich bin Susanne, bin 45 Jahre und ich habe Käse einfach über alles geliebt. Was ist das denn für eine? Aber die sieht ja aus wie eine Hexe. Das war eine Hexe! Ich habe es mit meiner eigenen Nase gerochen. Also mal, wenn Hexen nach Käse stinkt, dann müsstest du ja auch eine sein, du Glatt. Hey, du Humpelhaini! Aber das ist ein schöner Teppich, ihr habt den gleichen. Ja, also, ich bin die Susanne Prinz. Ihr könnt mich auch gerne Susanne Prinz nennen. Ich habe in der Vergangenheit viele, 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 viele Taten mit Hexen, Hexen, Hexen erlebt. Ach, was. HESLY! Warum wollt ihr das wissen? Wer schickt euch? Susanne Prinz. Möchtest du vielleicht mit den anderen Kindern hier so zahlreich Archivisten spielen? Wenn's sonst mit mir. Wir sind alle doof. Und hässlich sind sie auch. Guck doch mal, wie alle aussehen. Regina? Alles okay, Dad? Alles gut? Lukas, ist deine Tante schon mal? Nein, ist da, war sonst noch niemand. Falls sie kommt, sagt ihr, ich hab keine Zeit. Ich muss schnell zum Termin. Okay. Aber das kannst du doch nicht wirklich machen. Das ist unmenschlich. Deshalb sind wir Hexen, Jesse. Unmenschlich gibt es bei uns nicht. Mädels, Mädels. Wie wird's, wenn wir uns jetzt alle einmal beruhigen und dann überlegen wir uns unseren Plan. Ich bin ruhig. Jetzt weiß ich auch, wer sie sind. Sie waren es gewesen. Sie waren die Hexe, die mich damals im Schloss angegriffen hat. Lukas, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt greift dich immer die ganzen Leute an. Die können ja... Oh, du hast recht. Jetzt wird eine Hexe verbrannt. Nein, vereist. Ver... Na. Familie Tiff, na? Ja. Ich hab sie gut gemacht, Sohn. Ja, was soll denn das mit diesem Netz? Ich hab freundlich mit euch geredet. Ich war nett. Hexen sind nie nett. Da ist vermutlich was dran. Hilf mir, gefällst du auf die Sprünge? Hexen, was ist das? Hexen, wir werden angegriffen. Das nennt man Handy-Story. Bist du bescheuert? Ach so. Oder ganz einfach magischer Wesen. In sich hineinsaugen. Klingt interessant, ja. Ja, ich würd das dann bitte einmal einkaufen. Ja? Können Sie direkt in den Waren kommen? Grüß, ich hab tolle Nachrichten. Brennt die Wache. Kann in der Hausen. Nur noch ganz kurz. Wie hast du Magie erlangt? Dürf IC. Was? Die IC in meiner Welt. Ah. Was? Die IC in meiner Welt. Die IC in meine Welt. Was? Die IC in meiner Welt. Untertitelung des ZDF, 2020